Musik Man wächst über sich selber hinaus. Es ist zwar eine Herausforderung, aber eine Herausforderung, die jeder schaffen kann. Und einfach dieses Gefühl, dieses Erlebnis, wenn man tatsächlich durch das Ziel geht, das Finisher-Bier in die Hand gedrückt bekommt und weiß so, wow, das habe ich nicht nur alleine, das habe ich mit meinen Leuten zusammengeschafft. Ist ein einmaliges Erlebnis. Jedes Mal wieder. Also, es macht einfach unheimlich Spaß. Na klar kann man irgendwie laufen gehen oder joggen an der Straße oder um den See, aber hier in den See reinzuspringen und durch die Idee jedes Matschloch zu gehen, das macht wesentlich mehr Spaß und hält einfach fit. Also einfach draußen sein, in der Natur. Musik 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 Das ist kein Baraer!